Herzlich willkommen in der Klasse 11 und 12. Dies ist mein letztes Video von 2013. Mit diesem Video wollte ich euch allen, ja ich weiß, das klingt jetzt sehr kitschig, doch ich danke euch aus tiefstem Herzen für all die Unterstützung. 2013 war ein Jahr voller Abenteuer, guter und schlechter. Und am Ende habe ich mich sogar dafür entschieden, das Gesicht hinter der Stimme, der ihr schon so lange zuhört, zu enthüllen. Meine Ziele für 2014 sind zum Beispiel das schnellere Herausbringen von Videos mit dem neuen Konzept, welches dies auch ermöglichen sollte. Und dann würde ich auch mehr Sponsoren bekommen wollen, da ich momentan nicht so viele habe und diese konnten ja auch immerhin jederzeit Nein sagen. Ich danke euch allen für die Unterstützung meines Kanals. Zusammen machen wir den schon groß. Dinge, die mir sehr geholfen haben, waren die Spenden, die positiven Kommentare und Nachrichten. Dann haben mir einige von euch sogar meine gebrauchte Hardware abgekauft, was wiederum dabei sehr geholfen hat, wieder etwas Geld zurückzubekommen, sodass ich dafür etwas anderes zum Testen kaufen kann. Und dann waren da auch noch zwei Abonnenten von mir, die so nett waren, mir die AMD R9 280X und 92X Grafikkarten für ihren Testbericht auszuleihen. Natürlich würde ich mich auch gerne bei all meinen Sponsoren bedanken wollen, wie zum Beispiel Gigabyte, auch wenn das nur eine sehr kurze Kooperation war, dann Enermax und natürlich Fractal Design und Funk. Nicht zu vergessen Fortacast, der Online-Shop, wo ich die meiste Hardware kaufe. Danke nochmals Fortacast für das Ausleihen so vieler Sachen. Aber natürlich wäre all dies nicht ohne eure Hilfe möglich gewesen. Vielen Dank für das am Leben erhalten meines Kanals. Ich wünsche euch schöne, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Und wer nicht Weihnachten feiert, schöne Feiertage euch. Ich hoffe, dass auch ihr eine schöne Zeit habt. Danke. Wir sehen uns 2014. Tschüss! 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 cod e